Nee, äh, doch. Kommt da rein. Nee, ist aber gleich nichts runtergefallen. Oh, ich trinke gerade. Das wär jetzt noch episch, ja? Der nächste Tote. Nee, ich glaub, ich hab alles. Der absolut epische Ladebildschirm. Jetzt siehst mal, wie lange das dauert, bis unser Modpack geladen ist. Und wie man sieht, ich hab 10 GB Arbeitsspeicher zugewiesen. Also, ich hätte eigentlich genug Möglichkeit zu arbeiten. So, ich schmeiß dir das mal. Soll ich dir das ein bisschen hinschmeißen? Also in der Kiste irgendwo? Ja, ist im Prinzip egal. Es steht direkt in meiner Tierfarm. In der Tierfarm, ja, da hol ich das rein. Ja, passt perfekt. Kommt da rein. Will man sich so Sachen craften, dass das dann so gesoulbounded ist, versteht ihr? Und dann, was passiert? Man stirbt dabei. Dann noch... ...this und this. 202 Mods sind es übrigens. Okay, es passt. Es reicht nicht, weil das brauchst du nicht. Brauchst du auch nicht. Jetzt schmeißt du weg meinen Mana-Gürtel und meinen Lobclotter-Sash. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, genau. Nee, wie hab ich die extra reingepackt? Hast du Licht, alles drin? Perfekt. Und jetzt zieh ich mir dann die Rüstung an. Kann mich ja mal schreien. Gute Idee. Ja, ich hasse es, Rüstung zu tragen, Alfi. Was hab ich in den Skin, wenn ich dann sowieso nur in der Rüstung rumlaufe? Wegen Schutz? Ja. Wie du gerade gesehen hast. Ja, mit der Rüstung hätte ich sicher länger überlebt. Also, geh ich von aus. Oder du hast eine Kack-Rüstung. Oder was hast du für eine Rüstung? Nee, momentan noch die Elementium. Ja, easy. Geht doch. Besser als nix. Mit der Elementium hab ich den Gaia gemacht hier. Den ersten, ja. Ja. Ich bin ja gerade dabei, dass ich meine Mana... Ich hab ja, glaube ich, schon acht Inge. Das hab ich ja schon. Zwölf oder so braucht man, oder? Hey, Swifty! Wuhu! Was da? Swifty ist gerade, äh, hier im Chat. Oh, hallo, Swifty. Twitchy. Ah, hier kommt die bei uns zum Bleiben. Das ist ja voll Kacke. Wie soll ich die denn hier unten killen? Was? Also, hier unten kann ich doch keine Purschen auf die werfen. Aha. Das ist voll useless. Gerade, ja, eh schon. Also, sehr brav. Ich bin jetzt dann auch am Feierabend machen, weil ich geh dann ins Bett, weil ich darf morgen wieder um drei Uhr früh raus, natürlich. Wohooo! Ha, 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 ha. Ding, so, endlich! Stunden später! Multiplayer! Ja, das geht ja noch. Ja, bis sieben Uhr, oder? Wenn ich schon das zweite oder das dritte Mal müde morgen, ha, ha, ha. Oh, der Eddie ist wieder da. Noch nicht. Doch, doch, doch. Bist du kurz gejoint? Ja, das heißt noch nix. So was. Da schreibt er einfach über Twitch. Ja, er schreibt über Twitch, Jackie. Jackie ist nämlich auch hier auf Facebook. Auf YouTube. Ja, Facebook. Auf YouTube. Ja, kann man ja auch machen. Ja, ja. Hey, hier sind Slimes. Wooo! Äh, mir steht noch immer da, Lorin. Ah, ah. Da kommt irgendwie auch nix raus an Geistern bei den Scheißfischern hier. Da sitzt neben mir der Sack. Ah, okay. Ach Gott, ist das Ding langsam. So, schauen wir, was haben wir denn da jetzt alles? Das ist wichtig. Die sind wichtig. Das ist alles wichtig. Ja, ich glaube, das im Prinzip dürfte das alles gewesen sein. Also das wichtigste Zeug habe ich wieder. So. Ja, das ist eigentlich alles. Also ich war noch wie ein Lammfleisch oder sowas. Ich weiß nicht, ob das von mir oder von dir war. Ja, gut, das ist. So, Wumpe. Na? Jawohl. Absolut. So, einen Potion habe ich noch. So, jetzt hole ich mich zuerst meine Rüstung. Der Potion macht durch die Terrasse die Rüstung Schaden. Ja? Ja. Okay. Interessant. Also nicht, dass ich mich selbst damit töte. Gut. Bisschen mit Rüstung müsste das Ganze dann ein bisschen einfacher gehen. Wo ist meine Insel? Okay, das war jetzt echt nicht viel. Boah. So viele Slimes. Ich kann mit dem Ding echt nicht umgehen. Yes. Willst du sie töten? Dann fällt alles runter. Ach. Ja, ich stelle mich oben hin mit dem Bogen und dann heizt sich so lange auf. Mit dem Bogen? Ja, sicher. Ja. Guck mal, die Kleinen Süßen, die mögen mich. Guck mal. Der hat mich zum Fressen gehört. Da ist so ein Arschloch. Verrecke. Hast du halt auf mich geworfen? Ich habe es eigentlich nicht auf dich geworfen. Hast du schon wieder einen Magnetring an? Ja. Ach, dann schuldest du mir einen Ektoplasen. Nö. Das halte ich für eine Lüge. Ja, okay. Ey. Ey, 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 ey. So, da. Was, eins? Mehr sind nicht rausgekommen. Ich glaube, ja, ich habe es. Nicht mehr sind nicht rausgekommen. Nee, ist noch ein. Eins und ein kleiner Geist. Der Rest ist meins. Ja, ja. Oh, einen brauche ich noch. Shit. Wieso brauchst du noch einen? Warte, da könnte ich mir so einen ganzen... Warte. Ja. Das. Okay, auch nichts. Drüben ist noch einer. Hui. Aber eben nur einer. Wieso ist der jetzt runtergespr... Die runterfallen. Die runterfallen. Rot. Okay. Bestmord. Diese Insel ist sehr langweilig. Boah. So, ich brauche noch eins so einen Ektoplasm-Ding. Eins. Ja, ich auch. Dann kann ich mir zumindest mal das Schwert machen. Ach so. Ja, dann mache ich mir dann das Schwert und dann klatsche ich die Dinger mit dem Schwert. Hm. Bevor ich dann down die Potions... Ja, kommt schon. Spawnt ein bisschen, hä? Und derzeit könnte ich hier meinen... Ich brauche nur noch einen. Ja. Danke. Jetzt ist 50 wieder auf YouTube. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, ne? Ja, das macht beide gleichzeitig. Jetzt geht's den Schafen wieder an, Leib. Wieso hängt jetzt mein Spiel schon wieder? Ja. Ja. Ich kann sagen, dass es mit dem Industrial Craft Jetpack so ist, weil du wahrscheinlich auch nicht die Industrial Craft Sounds ausgestellt hast. Und bei mir hat das immer mal Crashes gegeben, wenn Industrial Craft Geräusche gemacht hat mit irgendwas. Und das Jetpack macht eben dauernd Geräusch, wenn du es benutzt. Okay, ne, ich hab das Jetpack jetzt gar nicht oben. Okay. Zack. 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 Wo? Zack. Wuuuuh. Easy. Zack. 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 Und wieder kein... Rektor-Klas... Plasma? Ne. Schade. Nicht runterhüpfen, ihr Ärsche! Bleibt auf eurer Insel! Höhöhöhöh. Arisch. Ist hier oben echt einer gespawnt und der ist runtergesprungen, ein großer. Oh, der Arme. So. Buena. Ne Specter Key. Go to your own private room. Plasma. Nicht runterfraudeln! Nicht runterfallen, ich komm schon! Hey. Jetzt ist er wieder runtergefallen. Alter, ich krieg so die Krise. Zack. Zack. Uuhh, da ist einer! Au! Okay. Der hat funktioniert. Also zwei haben wir schon. Wow! Ah, mit dem Specter-Werkzeigen hat man mehr Reichweite. Cool. Hoch. Da ist. Da geht's. Da geht's. Gar nix. Uff. Ich kann. Wir haben Grund des Teichs. Dunge-dunge-dunge-dunge. Ehhhh. What is dat? So was kann man mit dem Specter Key machen? Oh, Luna mag Minecraft und dein, also meine Videos mag Luna, echt? Ja, das Kind weiß einfach, was gut ist. Auf jeden Fall, ja. Du halt die Klappe, dich hat keiner gefragt. Eine Slime-Winsel habe ich da noch irgendwo im... Wo bin ich? Holy shit, wo bin ich? Uff. Holy shit, wo bin ich? Uff. Nicht aufpassen, ich habe nämlich keine... Gut. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Wo bist du? Ich bin ab diesem Specter Key benutzt. Und da wird man irgendwo hin teleportiert in einen kleinen Raum. Oh. Angst, dass ich die Sterne... Ach okay, man sieht hier alle Slime-Insel. Nein, auch geil. Aber da drüben... Nein hast du... Das ist ja komplett useless. Und jetzt... So, wie sieht's aus? Ja, ist schön, wenn man schon so junge zuschaut. Da sind Slimes! Nicht runterfallen. Umdrehen. Hier ist Eddie. Hallo. Genau. Greift mich an. Holt euch. Macht man auch mehr... Ist die Chance wahrscheinlicher, dass man einen Specter rausbekommt, wenn man dem Schwert welche schlägt? Oder? Ne, wenn du mit dem Schwert kannst du... Die Dinger auch killen. Die Dinger killen. Okay. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich nicht, dass so lange Dinger rauskommen. Ne, 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 ne. Aber auf einer Slime-Insel ist ja die Wahrscheinlichkeit eh relativ hoch eigentlich. Ja, ich hab's nicht so zentriert wie du. Naja, gut. Jetzt ist hier wieder einer. Ich hätt hier äh... Zwei Dinger, die ich nicht töten kann, weil ich keine Flaschen mehr hab. Ja, ne, ich hab hier auch selber Insel. Ich guck mal, dass ich da hingehe. Und die Link-Potions teuer zu machen? Ne, ne, gar nicht. Okay. Okay. Das heißt, das genügt eigentlich mal fürs Erste. Kriegen wir mal nach Hause. Äh, wo war heute? Arbeit. Weeeee! Weeeee! Jetzt traue ich nämlich mal meine Ender-Bag, dass die nicht verloren geht. Und dann machen wir uns aus dem Ding, machen wir uns jetzt die... Äh... Macht man die? Mit Lapis und Gold. Wie einfach. Also... Bei Lapis. Ja, genau. Bei Gold. Durch. Dann äh... Tractor. Gold. Und... Lapis. Ja, genau. Ach Gott, jetzt muss man das wieder genau anordnen, das passt oder wie. Äh... Dann war... Gold und Lapis. Ja, so haben wir's. Tractor-Ingot. Und wenn ich da jetzt noch ein... Stick dazu klatsche, dann müsste ich doch eigentlich ein Schwert haben. Ne. Warum spawnt ihr Säcke? Ach, da brauchst du einen Obsidian als Griff und keinen Stick. Och Gott. Ja, ja. Hast du keinen Obsidian, oder wie? Doch, doch. Das hab ich nicht gesehen. Ja, dann braucht man keine Potions mehr, dann kann man die. Yay. Anders töten. Wenn importieren wir spawnen. Detect damage. Ja, ich geh jetzt wieder hoch auf meine Slime-Insel. Das ist anscheinend mehr als ein Diamond Sword. Was es haben soll. Laut dem Tooltip. Okay. Sind da irgendwo noch Slimes? Ah, hier ist einer. Ha. Hab dich. Easy. Hallo. Slimeys. Oh, noch eine. Komm her. Wooh. Keine Slimes. Doch, da Slimes. Nicht runterfallen. Umdrehen. Zu Eti kommen. Ja, fein, der Slime. So, jetzt kommt das Gewusel wieder hier. Oh, eine. Ah, für so viel braucht man das ja gar nicht. So das Gefühl. Ne, aber es ist halt für die, eben, für die Sachen, wo man Soulbound ist geil. Kannst, kann man auf alles zaubern oder wie? Ich glaube, nur auf Sachen, die du im Inventar hast anscheinend. Ja, ja, aber jetzt zum Beispiel eine Tinkers Werkzeug wäre dann ja Doppel-Soulbound. Das wäre irgendwie komisch, oder? Was weiß ich denn? Ich habe ja auch mal ein Tinkers Werkzeug mit Netherstern. Was passiert, wenn ich das dann eben nochmal drauf mache? Wäre interessant. Ja, ausprobieren. Sind ja grad übel viele hier ... Bei mir ist gerade wieder tote Hose mit dem Slimes. Ah, da unten ist einer! Ich bin auf Schaá communautas. Nacht ist es ja egal. Nachts könntest du ja sogar Zombios und so töten. Dann kommt das ja auch raus. Oh, da oben ist was. Was läuft hier rum? Oh, Lamas. Wolltest du, wir können reiten oder weh? Naja, da kannst du irgendwas draus machen, aber es ist relativ scheiße anscheinend. Jetzt klatsche ich hier. Da hab ich schon wieder fast einen Stick von dem Zeug zusammen und dann... Was hast du gekillt? Ich kill die Lamas gerade. Growing. Ah, da kann man eine Wolle abfarben. Okay, zu spät. Wolle abfarben? Ich hab doch irgendwo... Die haben irgendwie so eine Wolle oder was, glaube ich. So eine Schere hier haben. Vielleicht nicht. Ja, weil wenigstens Slime spawnen würde. Keine Slimes. Trimma's. Nö, auch nix Slime. Oh Gott, hier sind drei große. Vier große. Oh Gott, das sind viele. Komm her. Ah, und du auch. Oh, ja. Oh, ui. Hier schlimmst du auch wieder tot. Ja, wahrscheinlich. Nein, da ist so ein kleiner Ekto-Ding mitten drinnen. Ja, bleibst du die Flasche rein. Ah, naja, du hast da ein Schwert schon. Ich hab, ich hab ein Schwert. Ich muss es holen. Ich muss es holen. Ja, ich hab's gewischt. Ich hab's gewischt. Ich hab echt gewischt. Das funktioniert nicht mit dem Schwert. Jo. Oh, da ist noch einer. Komm her, komm her, komm her. Also mit dem Schwert ist das ja unglaublich einfach. Ja, eigentlich schon. Du brauchst die Dinger nur, dass sie... Äh. Sehr easy. Und währenddessen farmt man irgendwelche Mob-Drops. So, wie sieht's aus? Kommt, kommt, kommt der, kommt der. Vielleicht kommt noch einer raus. Da ist einer. Jetzt nicht mehr. Nein, nicht runterspringen da von der Insel. Ich komm schon. Hier, umdrehen, umdrehen. Ja, er hat umgedreht. Da. Keiner in der Klatschen schli... Oh, ihr... Och... Scheiß. Und... Aua. Hopp. Hab eins. dann guck mal inwiefern das jetzt geht da habe ich viel fleisch wenn du dauernd schaffe killst ich habe gerade 340 rohes fleisch wie viel 340 hallo leute ich bin wieder da so das geht damit ich weiß nicht ob es bei baubles auch funktioniert naja aber ich weiß nicht ob die dann im inventar bleiben wenn du weil baubles ja eigentlich nicht inventar weiß ich nicht was soll müsste müsste man testen müsste ich mal herstellen ich klatsch dich um ich mache es meine komplette terrasse selber zu platz kein bock die noch mal zu kraften naja ist klar genau darum geht es mir ja auch das ist ja der grund wieso ich machen wollte wie viel von dem zeug habe ich das ist ja super geil neun habe ich auch was dann kommt das da rein das ist ja schon so und hier ist nix aber ich glaube ich habe jetzt mal genug von den viechern geklatscht hey da liegt noch noch zwei ich habe es genau alle bei den ringe gemacht ja easy ja siehste ja schau mal soll ich mich umbringen gehen also mich würde es brennend interessieren ob es funktioniert dann hau ich mal nein nein warte warte komm zu mir und darf ich dich töten darf ich dich töten äh kurz wahren ja dann müssen wir nur weil ich habe mal eine kiste mit ja genau ein paar items gucke ja ich habe jetzt auf die tinker werkzeuge habe ich nix gehauen ja aber da hast du sowieso schon nitter sterne drauf ja genau deswegen bist doch ein geistiger sag ich ja so ich bin bei dir zu hause ja komme so ich geh mal zu dem immersive ding hier und heu ich jetzt mal alles rein was nicht relevant ist warte das ist anchored das ist anchored so so